Wenn ich es esse in Form von einem Curry oder wenn ich eben eigentlich die pure Geschichte nehme, das wäre da auch das Gleiche, ich mache einen Kurkuma-Pulver einfach so in eine Kapsel und schlucke das, dann ist die Bioverfügbarkeit bescheiden bis annähernd null, sodass eigentlich gar keine Wirkung zu erwarten ist. Wenn man Glück hat, vielleicht ein bis zwei Prozent. Mit dem kann man die Bioverfügbarkeit signifikant extrem erhöhen, sodass damit auch wirklich im Blut messbare Kurkuminoidspiegel erzeugt werden, von denen wir annehmen dürfen, dass sie auch wirklich eine reale Wirkung jetzt zum Beispiel gegen Entzündungen haben. Wirkt Kurkumin im Vergleich zu Antidepressiva oder im Vergleich zu Blutverdünner oder Cortison, da gibt es immer wieder spannende Erkenntnisse, dass es genauso gut oder manchmal besser und ohne Nebenwirkungen wirkt. Was ja relativ spannend ist, weil der Stoff an sich, selbst wenn man ihn stark weiterverarbeitet, ist trotzdem noch relativ günstig. Wenn der Bauch wärmer wird, gibt es Wirkungen auf den Körper und das hat es natürlich als Gewürz. Es ist ein sehr warmes Gewürz, das heißt ich kann gestörte Energiefelder im Verdauungssystem und wenn man jetzt asiatisch denkt, in irgendwelchen Meridian-Gebieten verändern. Durch die Vielstofflichkeit der Pflanze hat es erhebliche antioxidative, also gegenfreie radikale gerichtete Wirkungen. Und man schreibt ihm gewisse neuroprotektive, also Nervenschutzwirkungen vor, das wäre dann vor allem auch ein präventiver Ansatz. Es wirkt gegen Gefäßneubildungen, was wiederum in der Onkologie interessant sein könnte. Also wir haben da so eine breite Masse, wenn wir es aber mal so grob zusammenfassen, dann gibt es vielleicht fünf Hauptanwendungsgebiete. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sörn Schumann und ich interviewe heute Dr. Simon Feldhaus. Wir sprechen heute über das Thema Kurkuma bzw. Kurkumin. Was ist an diesem Kurkuma- oder Kurkumin-Hype dran, der jetzt schon seit einigen Jahren da ist? Was ist es wirklich so effektiv? Worauf sollte man vielleicht achten? Was gibt es für Unterschiede bei den Wirkungen, bei den einzelnen Präparaten, die angeboten werden und noch vieles mehr? Und darüber spreche ich heute mit Dr. Simon Feldhaus, Chefarzt der Paramet in der Schweiz. Er ist ganzheitlicher Arzt mit einem Schwerpunkt orthomolekulare Medizin oder auch Vitalstoffmedizin. Neben vielen weiteren Schwerpunkten er ist auch Präsident der Swiss Society for Anti-Aging Medicine and Prevention. Und ja, ich gehe davon aus, du hast dich auch schon intensiv mit dem Thema Kurkuma beschäftigt. Vielleicht kannst du am Anfang sagen, wie bist du auch so in deiner ärztlichen Tätigkeit das erste Mal damit in Berührung gekommen? Ja klar, hallo Sören. Kurkuma ist tatsächlich was Altbekanntes. Erstes Mal in Berührung gekommen bin ich natürlich über Curries, weil am meisten kennt man das als den gelben Farbstoff, der in den Curries enthalten ist. Und dann in der ganzen asiatischen Welt, vor allem auch in der TCM, aber auch in der ayurvedischen Medizin, sind Kurkuma-Anwendungen schon lange bekannt. Das heißt, ich habe es vor allem in Kursen mitbekommen, erst mal so aus der ganzen TCM-Ausbildung. Und dann kamen so langsam in Europa die ersten Präparate aus Kurkuma auf, Tabletten oder so Flüssigkeiten, wo es dann hieß, das sei eine absolut tolle Pflanze. Und so habe ich mich da mal weiter mit beschäftigt und hat sich dann zunehmend mehr auch in die Onkologie entwickelt. Wir arbeiten heute bei uns im Zentrum mit Kurkuma-Infusionen, gerade auch im onkologischen Bereich, sodass ich also so von einer, wie soll ich sagen, traditionellen Anwendung, also erst Ernährung, dann traditionelle Anwendung und dann doch immer mehr in die fast schon pharmakologische Anwendung die ganze Sache so weiterentwickelt hat. Und es scheint ja ein sehr breites Anwendungsspektrum zu haben. Also wenn man so liest, scheint es einmal sehr viele Studien zu geben. Es gibt wahrscheinlich kaum eine Pflanze, die so gut untersucht ist. Und es scheint ja ein relativ breites Spektrum zu haben von Autoimmunerkrankungen, chronischen Zündungen, Krebs, verschiedene Auswirkungen aufs Gehirn, Diabetes, auf den Darm hat es positive Auswirkungen, Herz-Kreislauf-System, Entgiftung und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du mal so aus deiner Sicht die Hauptwirkungen erklären, wie man das quasi auch präventiv, aber auch therapeutisch anwenden kann. Kurkuma ist ja am Ende die Wurzel, also das Rhizom der Pflanze und dort sind auch die Wirkstoffe drin. Und das macht es eben schon mal speziell, wenn man so ein bisschen die Wissenschaft durchforscht. Man kennt mittlerweile etwa 200, über 200 verschiedene Verbindungen, die in dieser Kurkuma-Wurzel vorkommen. Bekannt, am häufigsten benannt werden die sogenannten Kurkuminuide, die wahrscheinlich so etwa 5% ausmachen. Und da ist es Kurkumin von diesen 5% mit 80% am häufigsten. Und dann noch Kurkumaöl, dann gibt es eben noch viel, viel mehr. Und das macht eigentlich Kurkuma schon mal als erstes interessant, die Vielzahl von Inhaltsstoffen. Das lässt auch vermuten, dass es dann eben nicht nur an einem Gebiet ist, sondern sehr, sehr breit wirksam ist. Man geht von immunologischen Wirkungen aus, also am Immunsystem, vor allem immunmodulatorisch. Also weder in die eine noch in die andere Richtung besonders, sondern ein bisschen zu wenig kann ich in normal bringen, aber vor allem natürlich zu viel in normal zurückführen, also eine starke anti-entzündliche Wirkung. Es hat sicher eine Wirkung, die auch als antibakteriell gesehen werden kann. Möglicherweise auch ein bisschen antivirale Effekte drin. Durch die Farben und durch die Vielstofflichkeit der Pflanze hat es erhebliche antioxidative, also gegen frei radikale gerichtete Wirkungen. Man schreibt ihm gewisse neuroprotektive, also Nervenschutzwirkungen vor. Das wäre dann vor allem auch ein präventiver Ansatz. Es wirkt vielleicht sogar auch, man nennt das anti-angiogenetisch. Also es wirkt gegen Gefäßneubildungen, was wiederum in der Onkologie interessant sein könnte. Also wir haben da so eine breite Masse. Wenn wir es aber mal so grob zusammenfassen, dann gibt es vielleicht fünf Hauptanwendungsgebiete. Das eine ist klar, das ist die gegen Entzündung gerichtet, die anti-entzündliche Wirkung. Da ist man natürlich so bei Arthrose, Rheuma oder sonst irgendwas. Das zweite ist die Stoffwechselwirkung metabolisch. Man hat Daten, die auf den Leberstoffwechsel positive Wirkungen erzielen und wahrscheinlich auf das sogenannte Adiponektin. Und dann geht es in Richtung metabolisches Syndrom, also Fettleberdiabetes. Da wäre dann präventiv vor allem gedacht. Dann gibt es eben so die antioxidative und Silent Inflammation Geschichte, wo vielleicht präventiv für Better Aging, gesundes Altern interessant sein könnte. Vor allem das Silent Inflammation. In der psychiatrischen, psychologischen Geschichte haben wir einerseits auch wieder die Entzündungsreaktionen. Wir wissen heute, dass einige Depressionen aus Entzündungen entstehen können, Alzheimer auch. Und da gab es auch eine Meta-Analyse, die gezeigt hat, dass es tatsächlich Depressionen und Angstsyndrome reduziert. Und es gibt ein paar interessante Daten zum sogenannten BDNF. Das ist eine Abkürzung für Brain Derived Neurotrophic Factor. Das ist ein Reparaturfaktor im Gehirn, der dazu führen könnte, Kurkuma könnte den erhöhen. Und wenn das alles stimmt, dann kann man eben so neurotoxische Schäden wieder abmildern, die bei Alzheimer entstehen oder durch sonstige Belastungen. Ja, und dann nochmal die ganz allgemeine antioxidative Wirkung. Aus dem ergeben sich sehr viele präventive Schutzmaßnahmen. Gesund alt werden in den heutigen Zeiten mit Entzündungen. Und dann natürlich therapeutische Wirkung direkter Art, vor allem im Bereich Entzündung, Rheuma und, wie schon erwähnt, Onkologie. Okay, und es gibt ja ganz viele verschiedene Darreichungsformen sozusagen. Man kann es als Gewürz nehmen, als Pulver oder auch als frische Wurzel, als ganze Wurzel kann man es ja auch kaufen. Es gibt, das sind Kapselformen, wo einfach nur dieses Gewürzpulver drin ist, einfach quasi Kurkuma-Pulver. Es gibt spezielle Extrakte, es gibt isoliertes Kurkumin, es gibt Kurkumin mit der ganzen Pflanze zusammen. Es gibt liposomales Kurkumin, du hast gesagt, es gibt Infusionen. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was wofür geeignet ist. Ja, das eigentliche Problem an Kurkuma per se, an der Reihensubstanz, also wenn man so will, an der Wurzel und aus einem Pulver, wo ich einfach aus der Wurzel gewinne oder wenn ich es in einen Curry reintue, das ist faktisch die Bio-Verfügbarkeit. Also wie viel Prozent von dem, was ich jetzt in den Magen-Darm-Trakt bringe durch Herunterschlucken, wird letztendlich aufgenommen. Eine pharmakologische Messgröße und dieser Wert ist bei reinem Kurkuma extrem gering. Wenn man Glück hat, vielleicht ein bis zwei Prozent. Das heißt, wenn ich es esse in Form von einem Curry oder wenn ich eben einfach direktes Kurkuma-Pulver irgendwo drüber streue oder gar, es gibt so, man macht sich so Goldmilch, also in Milch reinstreuen, dann wird die eben so goldgelb. Also eigentlich die pure Geschichte nehme, das wäre da auch das Gleiche. Ich mache einen Kurkuma-Pulver einfach so in eine Kapsel und schlucke das. Dann ist die Bio-Verfügbarkeit bescheiden bis annähernd null, sodass eigentlich gar keine Wirkung zu erwarten ist. In Milch ist es ein kleines bisschen besser, weil ich es ja wie so eine Emulsion dann draus mache, aber so richtig gut ist auch das nicht. Das heißt, weil das Ganze nicht wasserlöslich ist, bleibt das Ganze eigentlich relativ viel im Verdauungstrakt liegen. Und das hilft mir also nichts für eine systemische Wirkung. Das heißt, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, wenn ich das als Wirkungsprodukt haben möchte, wo im System, im Körper eine Wirkung macht. Und jetzt gibt es eben genau diese verschiedenen Optionen. Also am Ende, ich versuche es fettlöslich zu machen. Aber nochmal ganz kurz, was ist, wenn ich jetzt quasi einfach das normale Gewürz mit etwas Fett kombiniere, wie zum Beispiel in dieser goldenen Milch oder in diesen klassisch indischen Gerichten, wo ja auch, was weiß ich, mit Kokosmilch oder anderen Fetten gearbeitet wird? Denkst du, dass dann auch quasi kaum eine Bio-Verfügbarkeit da ist dann? Ja, die Untersuchung, die man hat, ist man vielleicht bei 5 Prozent am Ende total vernachlässigbar. Also es wirkt im Darm, das ist was anderes. Also das ist als Gewürz, als Bitterstoff im Darm selber wirkt, Blähungen reduziert. Vielleicht der Darmwand gewisse Entzündungen reduziert, ist was anderes. Aber damit eine systemische Wirkung auf Rheuma oder sowas zu haben, das ist absurd. Da müsste man drei, vier Liter von dem Ganzen trinken, damit irgendwas passiert. Auch schon wegen der Konzentration, die ich in den Pulver, in die Milch rein tue. Okay, das heißt, diese traditionelle Anwendung in diesen Kulturen, wo denen ja auch ein gewisser gesundheitlicher Nutzen zugeschrieben wird, der ist halt eher so präventiv und bezieht sich dann eher nur auf den Darm sozusagen. Einerseits präventiv, Darm, es hat natürlich noch eine andere Geschichte und das darf man nicht vernachlässigen. Es ist einfach ein anderer Wirkansatz. In der ganzen asiatischen Medizin denkt man ja anders. Da geht es ja nicht primär darum, dass ich einen Stoff nehme, der gegen Entzündungen wirkt, sondern von mir aus die Verdauungsfeuer oder die Verdauungswärme hochfahren. Und wenn der Bauch wärmer wird, gibt es Wirkungen auf den Körper. Und das hat es natürlich als Gewürz. Es ist ein sehr warmes Gewürz. Das heißt, ich kann gestörte Energiefelder im Verdauungssystem und, wenn man jetzt asiatisch denkt, in irgendwelchen Meridian-Gebieten verändern. Und dass sowas auch auf Gesamteffekte, auf den Gesamtkörper eine Wirkung hat, glaube ich sofort. Einfach nicht diese gezielte Wirkung. Ich habe jetzt hohe Entzündungswerte bei einem Rheuma, heiß, geschwollen, rote Gelenke. Wenn ich diese entzündungshemmende Wirkung haben möchte, das wird mit diesen traditionellen Bereichen nicht gehen. Hingegen auf Müdigkeit, allgemeine Geschichten, Schlappheit, Verdauungsstörungen, bin ich überzeugt, dass auch die traditionelle Anwendung was haben will. Also es ist sehr gefragt, wie gezielt will ich eine Wirkung erreichen. Eher westlich orientiert, dann muss ich es auch westlich orientiert geben. Oder bin ich östlich orientiert, ganzheitlich, energetisch, ohne Wertung. Dann funktioniert sowas natürlich auch in diesen traditionellen Anwendungsgebieten. Okay. Und wenn ich jetzt quasi das Ganze therapeutisch anwenden möchte, da gibt es ja verschiedene Optionen. Genau. Hast du da so für Beobachtungen gemacht? Es gibt so verschiedene Ansätze, die man hat. Also der eine, du hast es schon erwähnt, das eine zentrale Diskussion ist, nehme ich mir nur einen Stoff heraus, die Kurkuminioide oder eine Stoffgruppe, die Kurkuminioide zum Beispiel, oder diskutiere ich die gesamte Pflanze, da kommen wir nachher noch mal kurz zu. Letzten Endes gibt es drei Ideen, die man heute verfolgt. Punkt eins, man ummantelt das. Also man baut dieses Kurkuma-Pulver oder auch Kurkuminioide, das baut man in irgendwas ein, wo aus Fett besteht. Das heißt, die werden in, also es ist aus Fett und dadurch wird es nachher wasserlöslich gemacht. Emulsion nennt man das. Also es wird extrahiert und dann kommt das eben in so eine ganz spezielle Hülle und diese Hülle selber ist nachher wasserlöslich. Dadurch kann man das nachher dann beweglich machen. Das nennt man dann auch Micellen, Liposomen oder ähnliches. Also man macht aus dem eine neue Komponente, die eben wie wasserlöslich wird. Das ist eigentlich so die Idee. Und das sind spezielle Extrakte und spezielle Formen, wo man auch mit Lecithin zum Beispiel ummantelt oder ähnliches. Damit kann ich die Bioverfügbarkeit dramatisch erhöhen, weil es durchgeht. Ganz neu werden auch Nanopartikel, Lipid-Nanopartikel benutzt, also extrem kleine Dinge, in denen das dann eingebaut wird. Allerdings heißt das, dass ich am Ende praktisch bei fast allen diesen Produkten nicht natürliche Hilfsstoffe benutze. Also was nicht heißt, dass sie gleich schlecht sind, aber es erst mal faktisch wird es zum Arzneimittel. Eine andere Geschichte, die verfolgt wird und wird, ist die Kombination mit Piparin, also mit Pfeffer. Dem Extrakt, beziehungsweise dem Stoff daraus. Genau, ein Stoff aus dem Pfeffer. Da hat es verschiedene Ideen, warum man das macht. Die eine Idee ist, dass dieses Piparin den Abbau von Kurkuma in der Leber runterfährt. Das heißt, wenn Kurkuma aufgenommen worden ist, dann wird es auch wieder abgebaut und dieser Abbau passiert in der Leber und dieses Piparin kann diesen Abbau in der Leber bremsen, indem es Leberenzyme runterfährt. Allerdings heißt es, dass dann auch andere Stoffe wie Medikamente anders abgebaut werden. Dadurch ist das nicht ganz unheikel, was so Wechselwirkungen angeht. Das Zweite, wo man nicht ganz ausschließt, ist, dass dieses Piparin eine Wirkung auch dadurch hat, dass es am Ende eine Reizung, weil wer hat schon mal Cayennepfeffer oder Chili gegessen, der weiß, es brennt zweimal, heißt, dass es am Ende eine Wirkung, eine sehr reizende, entzündungsfördernde Wirkung auf die Darmschlammhaut hat und mal sehr salopp gesagt möglicherweise eben ein Leaky Gut herstellt, was ja genau das ist, wo wir im Darm vermeiden wollen, weswegen diese Kombination mit Piparin durchaus sehr diskutabel ist. Ich persönlich halte es für Unsinn. Mir ist das Risiko über das Piparin viel zu hoch und ich sehe andere Methoden für wirksamer an. Und sonst gibt man eben tatsächlich kurkuma-fremde Hilfsstoffe dazu. Es werden andere Sachen, die eine höhere Bioverfügbarkeit haben, benutzt. Also zuerst wird das irgendwie destilliert, das Kurkumaöl. Dann werden die Kurkuma-Bestandteile, die wasserlöslich sind, mit Wasserextraktion herausgenommen. Es baut ein neues Extrakt. Also es ist ein sehr, sehr komplexer biochemischer Umbauprozess, wo man dann diese Inhaltsstoffe aus dem Gesamtkurkuma-Pulver rausnimmt. Also es gibt verschiedene Optionen, wie man das machen kann. Mit dem kann man die Bioverfügbarkeit signifikant extrem erhöhen, sodass damit auch wirklich im Blut messbare Kurkuma-Spiegel erzeugt werden, von denen wir annehmen dürfen, dass sie auch wirklich eine reale Wirkung jetzt zum Beispiel gegen Entzündungen haben. Du hast gerade Lipid-Nanopartikel erwähnt. Das kennt man ja von diesen gentherapeutischen Injektionen. Aber Lipid-Nanopartikel ist ja nicht, ist gleich Lipid-Nanopartikel, oder? Da gibt es ja auch verschiedene... Ja, schon mal gar nicht. Also eben, das ist erst mal nur ein Name. Nano ist ganz klein und Lipid fett. Das ist erst mal einfach nur eine Gruppe von Möglichkeiten. Und logischerweise gibt es eher diskutabel ungünstigere Versionen davon und halbwegs vernünftige eben. Ich sage mal, das sind dann andere Herstellungsversionen. Nichtsdestoweniger muss man immer diskutieren. Nano heißt, es ist extrem klein, kommt überall durch. Und man muss sich bei solchen Geschichten immer auch mal überlegen, ob es an Orte kommt, wo es gar nicht kommen sollte. Das ist halt immer so eine Kehrseite, wenn man von Nanotechnologie redet. Wie gut steuere ich diese Bioverfügbarkeit? Also wo hört es denn dann auf? Oder gelangt das Ding an irgendeinen Ort, weil es so klein ist, wo Kurkuma gar nicht hin sollte. Das ist auch immer eine Frage. Da zeigt einfach die Erfahrung in der Anwendung, dass bei den auf dem Markt befindlichen Kurkuma-Präparaten, die diese Nanopartikel haben, bisher zumindest keine dramatisch irgendwie anderen Nebenwirkungen oder sowas festzustellen waren. Es scheint eine sehr vernünftige Form zu sein. Ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass wir in der Naturheilkunde auch immer alles mit Nano machen müssen. Deswegen bin ich eher so auf der klassischen Ebene mit Liposomen, mit Zellen oder Ähnlichem, also Emulsionen herstellen. Und ich habe das Gefühl, wenn wir dann wirklich mal eine hohe Wirkung brauchen, für was auch immer, ja, dann muss man es halt mal als Infusion machen. Okay. Das ist sicher so das. Und die andere Diskussion, die man sehr klar führen muss, ist eben diese Sache, ist es wirklich nur das Kurkuminoid? Ist es nur diese eine Gruppe von Stoffen, die im Kurkuma wirkt? Oder ist vielleicht doch der Gesamtextrakt auch noch mal was anderes? Und ja, wir kennen das aus der gesamten Pflanzenwelt. Man hatte beim Johanniskraut ja eine ähnliche Situation. Jetzt nicht, was die Bioverfügbarkeit angeht, aber was die Zusammensetzung angeht. Johanniskraut hat unglaublich viele verschiedene Stoffe. Dann hatte man gedacht, ja, klingt so wahrscheinlich das Hyperforin oder Hypericin. Das sind so zwei Hauptsubstanzen. Das sind wahrscheinlich jetzt die, die machen das. Und dann hat man Extrakte, also man hat versucht, aus Johanniskraut diesen einen Stoff herauszumachen und daraus eine Tablette zu bauen, weil dann hätte man Johanniskraut synthetischer nachbauen können. Dieses eine Molekül kann man nachbauen, hat man dann auch gemacht. Und der Effekt war null. Also man hat dann relativ schnell festgestellt, dass das zwar ein wichtiger Teil der Johanniskrautpflanze ist, aber offensichtlich nicht primär für die Gesamtwirkung, sondern man hat es dann mit vielen anderen Dingen probiert. Es ist nie gelungen, einen synthetischen Johanniskrautextrakt zu machen, weil man gemerkt hat, das Ganze ist. Und ich habe persönlich das Gefühl, dass es beim Kurkuma ähnlich ist. Ich glaube nicht, dass wir es auf die Kurkuminoide alleine reduzieren dürfen, sondern ich habe das Gefühl, es ist wie beides. Und auch das kennen wir beim Johanniskraut. Beim Johanniskraut wird es auf Hypericin, Hyperforin wie standardisiert. Und dann kommt noch der Rest der Pflanze hin. Und ich persönlich benutze sehr gerne Kurkuma in dieser Kombination aus einem Kurkuminoid-Anteil und dann aber auch mindestens einem Anteil der Gesamtwurzel. Ich glaube, die Kombination macht es. Es gibt aber noch keine Head-to-Head-Study, wäre mal schön, für eine bestimmte Indikationsgruppe. Wir behandeln eine Gruppe nur mit Kurkuminoiden und die andere mit so einem Gesamtkombi und schauen, was besser wirkt. Das wäre schön, aber die gibt es bisher nicht. Noch mal für ein kurzes Zwischenfazit. Also wenn ich jetzt normales Kurkuma-Pulver oder auch normales Kurkuma-Pulver mit Kurkumin, selbst die, wenn ich die nicht irgendwie weiter verarbeite, haben die auch eher eine sehr geringe Wirkung. Also auch in der Kombination mit dem Kurkumin. Wegen der Aufnahmefähigkeit. Wegen der Aufnahmefähigkeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber liposomal oder auf dieser Micellen-Basis nutze und da ist aber nur das Kurkumin-Oid drin, eingekapselt, dann wäre es vielleicht sinnvoll, dazu noch was von dem Pulver zu nehmen. Das oder beides in Micellen einbauen. Ah, gibt es auch, okay. Aber am Ende, ich würde eine Kombination machen, genau. Kombination, okay. Und als Infusion, was ist dann in der Kurkuma- oder Kurkumin-Infusion drin? Wie ist die zusammengesetzt? Das ist aus technischen Gründen tatsächlich auf die Kurkumin-Oide sehr stark reduziert. Das ist sonst technisch gar nicht so einfach, so ein Viel-Extrakt in eine Infusion zu bringen. Das ist pharmakologische Überprüfung der Stabilität, Sicherheit und so. Dort musste man auf eine Kurkumin-Reduktion gehen. Das heißt, es ist nicht ganz reines Kurkumin-Oid, aber sehr stark auf das reduziert. Okay. Man kann nicht eine Kurkuma-Wurzel intravenös geben, sozusagen. Das funktioniert technisch nicht. Und da würde aber vielleicht sogar noch derjenige, der das bekommt, davon profitieren, wenn er sich noch die ganze Pflanze, in welcher Form auch immer, noch zusätzlich zuführt? Oder sagst du, das ist jetzt eher ... Genau das machen wir. Also das versuche ich eigentlich bei uns im Zentrum mit dem Patienten genau so zu machen. Sie kommen von der Kurkuma-Infusion, aber parallel dazu nehmen sie so ein Gesamtextrakt noch ein. Aber eben, ob das wirklich nötig ist, ist jetzt nicht studienbasiert. Ich habe das Gefühl aber rein aus der ganzen Phyto-Idee, dass das Sinn macht. Okay. Und, ähm, also, du hast gesagt, bei dem Thema so chronische Entzündungen, Rheuma-Geschichten zum Beispiel, oder auch in der Onkologie, wendest du es an, aber da machst du sicherlich auch noch andere Sachen. Also in welchem Gesamtkontext nutzt du das? Oder auch welche Erfahrungen hast du gemacht, so in Kombination mit welchen anderen Therapieformen oder Stoffen? Also es sind schon, ich sage jetzt mal, die zwei ganz großen Sachen. Das ist Anti-Entzündung und Onkologie. Das ist das Besondere. Wobei natürlich Anti-Entzündung, wie gesagt, relativ breit zu fassen ist. Also das eine ist halt wirklich klassisch Arthrose, Rheuma, Gelenkschmerzen, Hüftschmerzen, Knieschmerzen oder halt so Fingerarthrosen oder sowas. Aber dann kommt eben die Sache mit dieser Silent Inflammation, diese unterschwellige Entzündungsneigung, wo ja viele Menschen haben, oder auch entzündliche Hauterkrankungen, Psoriasis, teilweise auch Neurodermitis. Also irgendwo so die groben Entzündungen, aber auch diese feinen Entzündungen. Und ja, im präventiven Ansatz gehört es für mich in eine Diskussion mit hinein, das Risiko von entzündungsbedingten Krankheiten zu reduzieren, auch am Ende Herz-Kreislauf und Co. Natürlich steht es dann in einem Setting mit Vitamin D, Omega-3 oder Ähnlichem. Es ist dann nicht, dass die Leute einfach nur Kurkuma nehmen und fertig ist, sondern ich baue es so ein bisschen in ein System ein, versuche aber so ein bisschen zu schauen. Insbesondere, wenn wirklich halt, sag ich mal, so Arthrose-Rheuma im Spiel ist, finde ich es auch für beides toll. Wo ich in der letzten Zeit ein bisschen mehr am, ja, muss ich sagen, experimentieren bin, weil auch da gibt es zwar gewisse Daten, aber noch nicht so wahnsinnig tolle Studien, ist die Geschichte mit dem metabolischen Syndrom, Leberstoffwechsel und dieses vielleicht Adiponektin. Das hat eben alles, was mit diesem Fettstoffwechsel Leber-Appetit-Fettzellen zu tun. Wir kommen dann später oder wir kommen in einem anderen irgendwie auf SAME und das ist nämlich eine coole Kombination aus meiner Sicht. Also dieser Leberstoffwechsel, der ist für mich noch ein Thema. Psychisch, psychiatrisch bin ich bisher noch am wenigsten mit drin, obwohl auch da, es könnte vielleicht sogar noch interessant sein, aber ich bin jetzt eher so auf Entzündung, Anti-Entzündung, Silent Inflammation, Antioxidativ und Antioxidativ ist natürlich vor allem auch präventiv ein sehr, sehr schöner Ansatz. Zum Thema Silent Inflammation, wie viele Leute, die jetzt bei dir in die Praxis kommen, wie viele haben da quasi solche Prozesse oder auffällige Werte? Das ist ja was, dass man es dem Patienten nicht ansieht, es tut nicht weh, ich merke das nicht. Das heißt, ich kann das wirklich nur durch ein Labor erkennen. Jetzt ist es so, dass wir relativ viel Labor machen. Sicher vielleicht mehr als der Hausarzt. Deswegen bei uns, muss ich sagen, ist das Level sicher bei 60 bis 70 Prozent. Die klassische Statistik sagt weniger. Das liegt einfach daran, dass wenn ich zum Hausarzt gehe und ich frage einfach mal, wie geht es mir, misst der in der Regel nicht diese Entzündungswerte, weil die Silent Inflammation in der Schulmedizin keine Bedeutung hat im direkten Sinne. Ich glaube aber eben, dass eine Rate von 60 Prozent in der modernen Bevölkerung wahrscheinlich real sein könnte. Bedeutet eine leichte Erhöhung dieses sogenannten CRP-Wertes, des sensitiven CRP-Wertes im Blut, so auf vielleicht zwei bis drei. Also der Patient spürt gar nichts, aber ich kann es im Labor sehen. Aber ich muss ein Labor machen, um das zu diagnostizieren. Und das sind schon, also 50 bis 60 Prozent, die eine ganz leichte Erhöhung haben. Was noch nicht bedeutet, dass die alle schwer krank sind, sondern das ist ja einfach so ein Risikofaktor. Alle gucken immer nur aufs Cholesterin. Und jeder, der irgendwo hingeht, kriegt sofort das Cholesterin um die Nase gerieben. Aber vielleicht wäre es mindestens genau gleich wichtig, ich persönlich denke wichtiger, sich auch mal um diese Anti- oder diese Entzündungssituation zu kümmern. Und ich glaube, es sind mehr, als man denkt. Und könnte es dann auch quasi präventiv sinnvoll sein, auch solche Substanzen wie zum Beispiel Kurkuma in einer intelligenten Form, wie wir besprochen haben, das auch zu sich zu nehmen. Wenn man vielleicht schon so ein paar kleine Baustellen hat, hier und da mal Schmerzen oder es zwickt was oder im Darm, Reizdarmgeschichten, irgendwas in diese Richtung, könnte es da sinnvoll sein, dass man sowas mal präventiv immer mal wieder oder auch kurweise einnimmt? Für mich absolut. Also diese chronischen, unterschwelligen Entzündungen, Silent Inflammation, haben sehr klar, das ist mittlerweile undiskutabel, einen klaren Einfluss auf das, was wir als Zivilisationskrankheiten nennen, auf fast alle. Also müssen wir versuchen, in der Prävention auf das zu schauen. Und ich persönlich glaube, dass gerade wieder im Vielstoffgebiet Mensch es nicht so eine Idee ist, dass immer nur eine Substanz alleine 30 Jahre gegeben die Silent Inflammation auf die Reise kriegt, sondern ich glaube eben auch, dass es genau die Idee ist, das abzuwechseln. Also für mich ist Omega-3 schon Pflicht dauerhaft. Das ist so. Aber das alleine langt mir auch nicht, sondern ich gebe gern mal dazu Kurkuma, vor allem so auf den Winter hin, im Hinblick auf Viren und Co. ist das eben spannend. An anderen gebe ich mal Astaxantin oder Rotwein, also OPC oder Resveratrol. Also diese sekundären Stoffe wie Kurkuma, Resveratrol, Quercetin, alles sowas. Das wiederum glaube ich auch nicht, das wird man die ganze Zeit nehmen, sondern das wechsle ich durch. Also ich habe so eine Basis, ist für mich Omega-3, weil das geht gar nicht mehr ohne. Und das kombiniere ich aber dann mit so ein paar anderen Sachen. Und dann finde ich das ein genialer Ansatz in der Prävention. Okay. Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen oder auch, sage ich mal, Nachteile, die man bekommen kann bezüglich der Einnahme von Kurkuma oder Kurkumin? Wir hatten im Vorgespräch, hatte ich dich gefragt, was du von dieser Eisenthematik hältst. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen. Ja. Also man weiß, dass Kurkuma, insbesondere wenn es noch mit Chili kombiniert ist, lustigerweise hat es auch bei einer Studie gegeben, da hat man es mit Knoblauch kombiniert, tatsächlich die Eisenaufnahme um bis zu 80, 90 Prozent reduzieren kann, bedeutet, wenn man es gleichzeitig zuführt, also ich nehme irgendwie eine Eisentablette oder halt irgendwas, wo sehr viel Eisen enthält, könnte ja auch Pflanzensaft sein oder sonst irgendwas, also ein eisenhaltiges Nahrungsmittel. Und gleichzeitig nehme ich jetzt zum Beispiel auch mal diese Goldmilch oder irgendwas, wo dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr Piperizin drin ist. Das kann erheblich die Eisenaufnahme reduzieren. Das heißt, man empfiehlt auf gar keinen Fall Eisenpräparate, egal in welcher Form genommen, auch Curryblatteisen würde dazu gehören, mit Kurkuma gleichzeitig zu schlucken, sondern da einen zeitlichen Abstand einzuhalten. Das ist mal das eine. Also Eisenaufnahme könnte in gleicher Konstellation gehemmt werden. Das andere ist, es ist ein Stoff natürlich, der am Ende auch über eigene Komponenten an der Leber anregt. Es könnte bei Gallensteinleiden die Gallenblase sich zum Zusammenziehen führen, was dann eine Gallenkulik ausleisen könnte. Man muss also bei bekannten Gallensteinen vor allem, wenn die wehtun, ich hatte schon mal eine Kolik, ein bisschen vorsichtig sein. Das gilt aber zum Beispiel dann auch für Teufelskralle und andere Pflanzen. Das ist nicht Okuma-spezifische Nebenwirkung, sondern aufgrund dieser Bitterkomponenten. Weiterhin ist es als Präparat im Sinne von wirklich therapeutisches Setting in Schwangerschaft und Stillzeit nicht erlaubt, weil man nicht ausschließen kann, dass es irgendwelche Auswirkungen vor allem auf Gebärmutterwehen haben könnte. Und bei einem ganz aktiven Magengeschwür, das ist auch wieder ähnlich, gleich wie mit Teufelskralle, da muss man mit solchen relativ auch strengen Bitterkomponenten und vor allem, wenn noch Karierenpfeffer dabei wäre, natürlich vorhaltig sein, weil es dann eine Magenschleimhautreizung, die schon da ist, verstärken könnte. Das sind aber ehrlicherweise relativ geringe Risikogebiete und die Hauptnebenwirkung ist nachher auch eher wieder über Bitterstoffkomponenten, Bauchweh, Magen-Darm-Probleme, vor allem bei Menschen, die halt eh mit Bitterstoffen schon Schwierigkeiten kriegen. Wenn man das weiß, dass ich, wenn ich einen China getrunken habe oder irgendeine Art Artischocke, dass ich immer Bauchweh kriege, ist Kurkuma vielleicht nicht die beste Option in dem Moment. Aber wie gesagt, das Risiko ist relativ gering und auch gerade im Vergleich zu zum Beispiel Medikamenten, die in Anführungsstrichen eine ähnliche Wirkung hätten, aber sehr viel Nebenwirkungen ist es auch vergleichsweise gering. Ja, das ist natürlich eine Welt anders. Also wenn man jetzt gerade das Gebiet Rheuma oder Weizen, nehmen wir mal Arthrose, ganz banal schmerzhafte Gelenkarthrose nehmen, dann wissen alle, es gibt überall die freiverkäuflichen Arzneimittel, wo man den Arzt und Apotheker schlagen muss, um Nebenwirkungen zu erkennen. Also das ist ja so, das kriegt man überall im Fernsehen. Das kann jeder kaufen. Die sind mit sehr, sehr hohen Nebenwirkungsraten des Magen-Darm-Traktes verbunden. Da ist jetzt Kurkuma ein Nichts gegen. Also das ist natürlich im Vergleich zu diesen Präparaten minimalst heikel und wären für mich daher eigentlich das, was man nehmen sollte, nicht diese freiverkäuflichen Schmerzmittel, die ja lustigerweise, wenn ich es frei verkaufe, einfach nur die Hälfte der Dosis zum Rezeptpflichtigen haben. Ich kann aber ja einfach zwei davon nehmen, dann habe ich die gleiche Dosis, als wären sie rezeptpflichtig. Und die Rezeptpflichtigen müssen mit Magenschutz genommen werden und allem, was dazu gehört, ist ja völlige Absurdität des Arzneimittelmarktes. Und im Vergleich zu all diesen Arzneimitteln ist Kurkuma so was von massiv harmloser, bei annähernd vergleichbarer Wirksamkeit, dass das für mich ganz klar eine wesentlich valiablere Alternative ist. Ich habe das gerade mal nebenbei bei Google eingegeben, also im Vergleich von Kurkuma oder Kurkumin mit Medikamenten. Da gibt es ein paar spannende Artikel, da wird zum Beispiel geguckt, okay, wie es wirkt Kurkumin im Vergleich zu Antidepressiva oder im Vergleich zu Blutverdünner oder im Vergleich zu Metformin oder zu Statinen oder Kortison. Und da gibt es immer wieder spannende Erkenntnisse, dass es, sage ich mal, genauso gut oder manchmal besser und ohne Nebenwirkungen oder mit kaum Nebenwirkungen wirkt. Was ja relativ spannend ist, weil der Stoff an sich, selbst wenn man ihn stark weiterverarbeitet wie so ein, sage ich mal, also wie so ein liposomales Kurkumin, ist trotzdem noch relativ günstig. Ja, wenn man das umrechnet, deutlich. Klar, gegenüber so ein komplett galenisches, mittlerweile von tausend Herstellern gemachtes 0815-Schmerzmittel ist es ein bisschen teurer, weil so günstig kann man das nicht herstellen wie was Synthetisiertes. Aber rein faktisch ist es immer noch ein sehr, sehr vernünftiger Preis. Ja, okay. Gibt es noch was, was man zu Kurkuma wissen sollte? Aus meiner Sicht haben wir eigentlich so die wichtigsten Sachen zusammengefasst. Eine Sache ist natürlich, das gilt aber für alle Pflanzen, was man nicht erwarten darf und auch nicht kann, ist, dass wenn ich heute Morgen ganz fest Knieschmerzen habe und ich jetzt eine Kurkuma-Tablette nehme, dass das nach einer halben Stunde weg ist. Also das wäre total falsche Erwartung. Das heißt, keine der Pflanzen kann so schnell wirken wie eine normale Schmerztablette. Das heißt, man muss diesen Präparaten mindestens mal eine Woche geben, um diesen wirklichen Effekt zu haben. Es ist also nicht gedacht primär als Akutschmerzmittel bei Bedarf, wo ich einfach im Schrank stehen habe und wenn ich ganz fest Knieschmerzen habe, nehme ich jetzt eine Kurkuma-Tablette und die soll helfen. Das wäre eine falsche Erwartung. Es ist schon eher etwas für die dauerhafte Wirkung. Ja, man kann es ja auch noch mit anderen Maßnahmen kombinieren, die wir auch in anderen Interviews gesprochen haben. Vitamin D, Omega 3, Selen und so weiter und so fort. Ich habe noch eine letzte Frage zu den Infusionen. Wie genau, also wie laufen die ab beziehungsweise wie viel Kurkumin ist denn da drin im Vergleich? Ja, also wie gesagt, das sind Infusionen, die hoch dosieren. Wir reden von 500 Milligramm Kurkuminioide intravenös. Das ist natürlich dramatisch und das ist dann direkt in der Vene. Also da muss nicht irgendwas liposomal gemacht werden, um das irgendwo aufzubauen, sondern es ist direkt in der Vene und wird direkt verteilt. Das sind natürlich, das ist ungefähr das Gleiche, als wenn ich zwei Packungen von einem Kurkuma-Präparat nehmen würde. Deswegen macht man das so einmal die Woche. Das muss man also nicht fünfmal hintereinander machen, sondern einmal die Woche. Fünf, sechs Wochen lang. Bei rheumatischen Krankheiten. Anders ist es in der Onkologie. In der Onkologie ist es natürlich durchaus eine längere Anwendung, weil da ist ja nicht einfach Lungenkrebs nach vier Wochen weg oder sowas. Das ist klar. Das ist natürlich dann eine Geschichte, die deutlich mehr in die Länge geht. Aber bei so entzittlich-rheumatischen Erkrankungen kann man einfach mal so eine Intensivgeschichte einen Monat lang machen, um das einfach mal hochzufahren. Kann man sich das dann so vorstellen, dass dann, wenn diese Infusion gegeben wird, dass dann der, also ein gewisser Spiegel an Kurkumin im Körper ist, der dann langsam abgebaut wird. Genau. So zum Beispiel innerhalb von ein paar Tagen oder einer Woche und dann legt man quasi, also man probiert mit den regelmäßigen Infusionen den Spiegel immer aktiv oder ein bisschen erhöht zu halten, sozusagen. Das ist genau die Idee. Das ist genau die Idee, dass man ihn hochfährt und dann fällt er ein bisschen runter. Ich nehme ja noch ein bisschen Kurkuma ein, das ist schon so. Aber am Ende geht das so eine leichte Welle, es ist ja nie waagerecht, aber so eine leichte Wellenbewegung auf einem relativ hohen Niveau. Deswegen macht es auch keinen Sinn, eine Kurkuma-Infusion und die andere dann zwei Monate später. Das ist natürlich Blödsinn. Also wenn man das macht, muss man das schon einmal die Woche machen, um genau das zu erreichen. So ein Steady-State von Kokominoiden im System mit einem langsamen Abfall, wo dann einfach mal eine ganz andere immunmodulatorische Wirkung macht. Okay. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Noch eine generelle Frage, was sind so deine Top-Infusionen, die du am liebsten oder am häufigsten gibst? Vitamin C hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, genau. Also an erster Stelle steht mit Abstand Vitamin C. Das zweite ist Glutadion, weil ich persönlich der Meinung bin, dass das intravenös-dimensional anders wirkt als geschluckt. Und das dritte sind Aminosäuren im breitesten Sinne des Wortes aus verschiedenen, entweder als Kombination oder als einzelne Aminosäure. Wieder mit der gleichen Geschichte. Für mich ist eine Infusion immer dann interessant, wenn ich etwas mache, um eine Dosierung im Körper, im Blut zu erreichen, die ich durch Einnahme eigentlich faktisch nicht erreichen kann. Also Vitamin C, ich kann zwar, selbst wenn ich es liposomal nehme, fünf Gramm nehmen, aber ich komme nie auf 30 Gramm. Es ist unmöglich. Und damit kann ich gar keinen Serumspiegel von Vitamin C in der Höhe erreichen. Für mich sind Infusionen immer dann indiziert, wenn sie eine Dosis im Blut erreichen lassen, die ich mit Tabletten einfach nicht erreichen kann. Einfach so, mal ein bisschen infundieren ist ja doof. Wir arbeiten relativ neu jetzt mit Omega-3-Infusionen, weil es gibt eine bestimmte Gruppe von Menschen, die aus völlig unerklärbaren Gründen, es ist einfach so, selbst mit wirklich hohen eingenommenen Dosierungen keinen ausreichenden Omega-3-Index hinkriegen. Das ist wissenschaftlich schwierig erklärbar, das sieht man einfach. Wenn man denen Omega-3-Infusionen macht, dann ist der Omega-3-Index bei 10. Das heißt, denen kann man dann damit auf ein Level helfen, wo sie durch Schlucken extrem schwierig hinkommen. Das sind für mich so die Ideen von Infusionen. Und deswegen auch Kurkuma. Und ihr merkt dann auch bei diesen Omega-3-Geschichten, dass sich dann dadurch auch quasi andere Parameter verbessern? Ja, substanziert. Also klar, das macht man nicht rein primär als präventiver Ansatz. In selben Fällen auch mal Hochrisikopatienten, Herz-Kreislauf, die einfach diesen Omega-3-Index nicht hinkriegen, machen wir es auch mal mit einer Infusion, um ihn hochzukriegen. Aber primär ist natürlich Rheuma und Co., also Entzündungskrankheiten, wo wirklich fluoride Entzündung ist. Und jetzt den Omega-3-Index wirklich da hochfahren. Wir reden dann von EPA. Das ist wirklich EPA-lastige Infusion. Und die Patienten sagen einem deutlich, dass es massiv besser geht von Schmerzen oder auch der CRP, der Entzündungswert, fällt richtig schön schnell runter dann. Okay. Also eben, weil der Spiegel im Blut hoch ist. Nicht, weil die Infusion das macht, sondern weil der Spiegel einfach hoch ist. Und jetzt erst wirkt das halt, weil ja der Spiegel eben oben sein muss, damit es wirkt. Sehr spannend. Wieder viele Zugehörer. Zugelernt zum Thema Kurkuma, aber auch darüber hinaus. Und ich bin schon gespannt auf unsere nächsten Gespräche. Zum Thema Aminosäuren könnte man auch einiges machen. Ja, das machen Sie sicher mal. Und ja, vielen Dank für die ganzen Informationen. Dankeschön. Und bis bald. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.